Das Ding präsentiert Rock am Ring denn wir wollten ihn für einen Moment sehen und sie sind neben der Tür. Jetzt ist er der ganze Zeit, wie ein Stalker in der Tür. Er kennt alle Worte, man. Er kann dir jede Song singen. Wort für Wort. Das ist großartig. Verstehst du, was jetzt passiert? Dass alle dich die große, große Rock Band aus Großbritannien kenne? Das ist großartig. Es hat uns einen Moment gedreht. Wir haben nicht wirklich das Hand in der Tür. Wir sind nicht der Band, der kamen und hat die große Hedlinie, die nächste große Hedlinie. Any time das immer getrennt wird, das immer passiert für die Band. Wir finden das durch die Geschichte. Wir schauen nach den Backlogen von Magazinen, das immer passiert für die Band. Es sind immer die Bands die, die über ihre Businessen gehen. Wie hart sind Sie arbeiten? Ja, wir haben nicht wirklich gestoppt. Ich habe nicht seit 2001 gehalten. Nein, wirklich. No vacationen, no hanging around, no TV. Nein, wirklich. Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht wirklich gefallen. Was ist das Beste und das Beste? Was ist das Beste? Was ist das Beste? Ich denke, dass man sich ein Rockstar verletzt hat. Das ist ein Moment in deinem Leben, wo es gut geht. Aber das sollte auch bedeuten, dass man mehr Risiken nehmen muss. Man sollte sich nicht zurück und sagen, wie man das Beste weitergeht. Man sollte sagen... Someday, vielleicht ist es nicht pure Rockmusik, ein Elektro-Album. Ja, natürlich. Ja, absolut. Aber wir sind eine große Live-Band, und ich denke, da gibt es etwas Kraftes über einen Mann und seine Gitarre. Und man sieht auch die Prodigy, die Gitarre benutzen. Und sogar Skrillex, er hat seine Gitarre an. Nice, thank you. Das Ding. Live-Laut-Lässig.